So, es tut mir sehr leid, dass letzten Tage kein Video gekommen ist und heute kommt nur dieses kleine Video, ich werde wahrscheinlich irgendwas altes in den Hintergrund packen oder sowas. Es geht um Folgendes einfach ganz kurz, ich habe im Moment Lausurenphase, damit habe ich unheimlich viel Stress für den Moment. Und dazu kommt, dass ich alle Videos von meinem PC auf meinem Makebook und alle Final Cut Dateien und sowas auf einer externen Festplatte lager. Und diese externen Festplatte ist mir vor einer halben Woche kaputt gegangen. Heißt, über 200 GB Final Cut Footage weg. Teilweise Projekte, an denen ich für ein einzelnes Projekt über 10 Stunden gearbeitet habe, keine Backups, weg. Und ja, dazu schreibe ich halt im Moment noch Klausuren. Ich habe jetzt Donnerstag meine letzte Klausur. Heißt, es kann sein, dass Freitag was kommt, allerdings ich weiß nicht, wie ich das ohne die Festplatte regeln kann, gut, weil mein Makebook hat halt keinen Speicherplatz, um so viel zu lagern. Deshalb muss ich mal gucken, also es könnte jetzt sein, dass eine Woche keine Videos kommen, es könnte sein, dass ich jetzt in zwei Tagen wieder anfange, wirklich aktiv Videos zu bringen. Da muss ich halt immer so ein bisschen gucken, wie ich die Zeit habe. Dann will ich euch nicht länger aufhalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.